mit einem golem jetzt stellen wir jetzt hier hin und machen den auf hallo was war das denn ich habe ordentlich was gekriegt schmeißt da ihr gift in mein teig war wie gift warum ist denn alles tot das ist dein golem gewesen ach der will nicht angeln das kein angler ja deswegen hat er alle umgebracht so ich bin viel interessanter geht mit mir spazieren ich will nicht mehr immer stehe ich hier rum verbuddel mich ja will mal ein paar gates einschmeißen mit steine hat hat ein fisch 0,7 ja dicker ich hab auch ein fisch woa yo war gut ach es ist kaputt brauchst du irgendwas ich hab ich hab neuer gecraftet alles einsteckt ich hab noch zwei angeln muss ich mal ein screenshot von machen ja von was von faul hier rum sitzen und angeln ja admin arbeit ich zeichne auf schreibe ich groß admin arbeit drüber ja wie hart die schwere bürde eines admins die ehrenamtlichen arbeiters es sind immer noch zehn leute da war ja das freut mich immer doll ist ja wochenende ne da kommt ein riese ein riese ein ganz ganz dicker das war ja was ist das 0,5 gz zu dem fischfleisch du hast einen du hast einen hol ihn dir ja das ist meiner weg 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 tu jetzt anschalten ha f v z z z z z z uuuh holy shit muss ich tu jetzt anschalten oder was ich glaube das wäre zeit oh ich habe fisch wie man das sieht ne das sind dicker das sind richtig dicker das sind vierer ne jetzt ist er weg das war 1,2 vielleicht die angeln auf den kopf geschmissen ich will mal unbedingt einen 3er haben oh oh bloody karate ein richtig blutiger auf jeden Fall schön ja der andere war auch hübsch vorhin der sieht so blutig aus der gehört so er zieht ihn durchs ceiling und er hat ihn ein der das wird hart aus einem kleinen fisch hol hier 0,9 oh man o man Ich hab'n Monsterfisch hier, ich hab'n Monsterfisch. Ich find' ja toll, dass man Sachen dafür kriegt, ne? Aber Sonne ist scheiße, ey. Oh, hier eine mal mit der Spitzhacke zu, da hab' ich mir jetzt euch. Oh, ich hab' einmal Angagi gekriegt. Wir haben kaputt'n'n Prod. Ein was? Ja, so'n Ding. Ja, brauchst du ein bisschen in die Wüste gehen, denkst du's abfahren. Ich hab' noch nie aus dem Mantis so'n Teil gekriegt. Ey, ich hab' heute zehn Stück mitgebracht, oder so, oder zwölf. Krass, ich nicht. Vom Polymer-Farm. Also, nicht aus dem Mantis raus, du musst die Taschenduten, die da stehen manchmal. Ach so. Das ist dann in den Taschen drin, die da manchmal stehen. Ist da sonst irgendwas Besonderes drinne, oder ist das das Dollste? Nur das und dann Spitzhacken und AXX und so'n Scheiß, aber alles normal. Oh! Oh, Blood hat'n Fisch. Das ist'n ganz ein Dicker. F, G, H, J, I, K, L, M, L, O, P, Q, S, T, P, X, Y, Z. Z, 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 Z. Bei Z verdrück' ich mich oft. Oh. Das geht auch rein. Der war aber lange zu angeln, oder? Das sind viele Knöpfe gewesen. Ja, ja, und dann immer alles woanders. Ja, das ist wohl logisch. Geil ist das, wenn wir da dreimal E kommen nacheinander und du noch ein viertes Mal E drückst. Ja. So, kommen wir jetzt mal ein Ding hier, ein Zweier oder so. Die sind bestimmt alle verreckt. Der kleine Schwarze kann das schon mal abholen, der braucht ja gar nicht her schwimmen, ey. Ey, ich hab's so weit ausgeschmissen, ich seh gar nicht, wo der ist. Doch, da hinten. Hallo, will der nicht bei mir bald mal ein Fisch beißen? Ich bin einsam, ich brauch'n Fisch. Hallo, Fischies. Oh, da kommt einer. Olin, ja. Ganzes Ding hier ein. Und da kommt einer zu mir, und er weiß auch. Bei mir auch, riese wieder, ey. Der ne Monsterfisch überhaupt, ey. Ey, was ist das hier neben uns? Oh, ne schwarze Perle. Ist das neben uns? Ja, da ist ein Känguru reingesprungen. Echt? Ne, ja doch, ein Känguru. Oh, meine Angel ist kaputt. Hast du alles, oder? Weiß ich nicht. Ich kann mal einen Haufen einstecken. Musst du mal bei herstellbares auf ROT. R-O-D. Ne, heißt der bei mir gar nicht so. War das vorhin mit der Kettensäge los, oder? Wollte ich doch. Halt, geh die kaputt und ist die denn ganz nicht weg? Ja, ja, die kannst du nicht reparieren. Ach so. Ne, musst du R-O-D eingeben. Oder so. Holzt und froh. Und froh. Der Admin, der, er cheatet ja sonst was. Hast du das gesehen? Ja, klar hab ich das gesehen. Das war, das war ein Sprung. Irgendwann nicht schlecht, ey. Ohne Mist. Oh. Hau. Ey, da wär's ja richtig reich am Metall, oder was? Ja, und schwarze Perlen gibt's auch mal, ja. Ja, ich hab schwarze Perlen und Rino auch noch vorgekriegt. Hab ich EP so gekochen. Na, mein Angle ist geburt, ey. Oh. Ich hab die schnelle Neue. Ja, ich hab Hunger. Na, Fleisch hast du ja bestimmt genug. Ja, Fisch. Ja. Ich hab nur noch zweimal Dingsbums-Zeug. Was ist Dingsbums-Zeug? Sepp? Ja. Ich hab auch neun insgesamt noch mit dem Köder hier zusammen neun. Ah, es langt mir, dann bin ich noch durch. Ich hab nur drei. Ey, ich spring hier nicht mal so im Wasser rum. Na, du bejagst die Fische. Ja. Ich beantrage ja einen Stuhl drehen. Einen Stuhl drehen? Wo willst du den Stuhl hinhaben? Leicht nach rechts. Da, wo die ganzen rumbacken, da oder was? Ja. Aber das ist egal, wo denn der Anglereiwurfs die Fische kommen von sonst woher geschwommen. Das ist mir egal. Ich will meinen Köder genau dazwischen schmeißen. Die bewegen sich nämlich nicht. So. Ja, hier, ich räum hier mal auf, dass sie sich verteilen. Cool. Einmal zugeschlagen. Ey, das ganze Bündel bewegt sich. So, hier so hin. Hier so hin. Hier so. Ich muss auch mal anbeißen. Ne, ich täusche nur vor. Ich dachte leicht nach rechts. Nicht ganz. Du müsstest aber gerade da reinschmeißen können, oder? Fast. Ja, so. Wenn ich komplett nach links gucke. Das ist ja sowieso so komisch mit dem Gucken. Das habe ich mir die blöd gemacht. Dass man nicht so richtig nach links und rechts gucken kann. Ja. Wenn man so einen begrenzten Blickwinkel hat. Oh, das ist ein Digger. Das ist ein ganz Digger. Wer geht nicht? Ich glaube das auch. Z. V. I. M. G. 1,3, ja. Es snapped, oder was? Ich habe aber die richtige Taste gedrückt. Wie man das so hört. Dieses. Ich kann das ja nicht sehen. Ich habe nur. Gehört. Oh, das ist ein Digger. War das? Das ist ein Digger. Ja. Ja, toll. 14 mal Raw Prime Meat. 17 mal, keine Ahnung. Und da. Und. 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 Das sind echt die Angeln. Brauchen bessere Angeln. Hä, der wollte bei mir beißen. Der gehört mir. Ja, wir können ja noch ein Angeln-Event hinterher schmeißen zur Entspannung nach dem Event. Weißt du, ich mein? Mhm. Ja. Jetzt bauen wir noch ein paar Fische rein. Und dann können alle Mann angeln. Und dann gibt es hier Ascendant-Angeln für alle Mann. Oh, ich habe Pelz gekriegt. Oh. Was sagst du dazu, Plot? Eine sehr gute Idee. Ja. Ja. Den anderen nehmen wir ihre Angeln dann wieder ab und wir behalten unsere. Haha. Ja. Dann sagen wir, PvP ist hier verboten wegen Event. Und dann bringen wir sie alle um. Oder ich pass auf euch auf, ne? Dann sag ich, oh, oh, sorry, sorry. Wo ist meine Angeln? Welche Angeln? Dann sagen, oh scheiße, Dings sind angesprungen. Mhm. Der Generator ist angegangen wegen Strom ist weg. Nein, das kann man nicht machen. Können schon. Haha. Hi, Fischi, Fischi. Ja, ich glaube... Sollen wir jetzt schnell ein spontanes Event machen? Alle Mann zum Roten Arc. Wir wollen angeln. Ja, ich gehe auch mal zurück. Im Roten waren ja keine Fische, oder? Spawnen, spawnen. Achso. Meine Frau sagt, wir sollen zurück. Ja, ich will ins Bett. Oh. Ich will ins Bett. Ich will ins Bett. Schilder. Ich wollte gerade auf deinen Rock schießen. Ich dachte, was ist das für ein hässliches Ding hier? Wie ausrastet, ey. Treff doch mal das Känguru. Handball. Ich habe keine Fische. Ich hatte einen Äpfel auf den Kopf vor. Der Kopf... Ich habe keine Fische. Danke. Bis zum nächsten Mal.